So, heute ist ein schöner Sonntag. Wir sind daheim und alle sind da. Zum Beispiel der Porzel, unser kleines Äffchen und der E-Klo und das Dinosaurier-Baby. Und jeder bekommt jetzt ein Sandwich. Habt ihr alle Hunger? Ja, Kasperle, ja. Sandwich, das ist jetzt genau das Richtige für meinen Magen. Das will ich haben. Du willst auch Sandwich? Oh, Kasperle, ich habe Hunger und Sandwich geht immer. Ja, gute Idee, Kasperle, gute Idee. Okay, dann geht's los. Jeder bekommt sein Sandwich, wie er will. Und wie er möchte. Mh, zuerst das schöne Toastbrot. Lecker. Dann eine leckere Scheibe Käse. Mh, hier haben wir den leckeren Schinken. Mh, jetzt haben wir hier schöne leckere kleine Tomaten draufgelegt. Mh, noch mal extra Käse. Extra Käse. Lecker, lecker. Jetzt die feine Remoulade. Mh, oben drauf. Das sieht ja schon fantastisch aus. Mh, ein klein wenig Ketchup dazu. Mh, und schließlich am Ende nochmal das Brot. Mh, das erste Sandwich ist fertig. Mh, wer will's haben? Mh, oh, Kasperle, ich freue mich. Oh, ich habe so einen Hunger. Dieses Sonntags-Sandwich werde ich jetzt schnabulieren. Lecker, lecker, lecker. Mh, mmh. Seid ihr auch alle fertig? Ja, Kasperle, da hast du was Feines gezaubert. Das ist genau das Richtige heute, dieses Sonntagssandwich. Das werde ich mich jetzt genehmigen mit einem schönen Schluck Bananensaft. Oh, dann wünsche ich euch alle einen guten Appetit. Lecker Sonntagssandwich. Lecker, 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 lecker.